hallo hallo ja herzlich willkommen klick angebotus folge 58 ja scheiße ich habe mittlerweile also ich kann bis level 650 alle schön aber das war vor fast zwei stunden und ich habe die letzten 50 level geschätzt ja mehr als zwei stunden gebraucht ich habe bis level 102 bis level 650 gut 12.000 groß verdient seit level 650 660 und für so den dreh kam ohne scheiß kein einziger primal boss mehr keiner ich habe zwei stunden damit verschwendet nichts zu verdienen danke dafür ist es ist der nächste boss auf jeden fall primal von daher würde man sagen kommen wir an der stelle so erst mal nicht weiter ich werde also jetzt muss die monate angriff nehmen da einfach mal alles drauf gut aber mir gerade weil ich gerade die letzte stunde die letzte zwei stunden im aktiven bild drin war also knapp zwei stunden ich habe erst so zwischen 1 und 2 stunden und wieso und ja habe jetzt auch schon beide drauf gefährt damit kann mich jetzt die letzten 20 level auch noch mal voran ansonsten kann ich mich schon bei 670 gar nicht mehr weiter da kann denn die monster so ein pixel alle drei stunden ja deswegen bin ich jetzt im aktiven modus ja aber hilft alles nichts wie gesagt die letzten primal bosse die letzten ball bosse alles normale schwänze ich verstehe das nicht von daher lange rede gar keinen sinn so darf ich mal sagen 1 278 okay haben wir geschafft haben was gewonnen ja 500 naja gut hat sich wirklich gelohnt dann gucken wir weiter kommen der nächste bosse garantiert auch wieder kein pfeil obwohl mittlerweile wenn echt fünf bosse mittlerweile kein pfeil waren dann müsste es eigentlich der nächste boss muss einfach äh dickster bosse sein aber wahrscheinlich die dinger vorher aus ja auch wieder kein pfeil aber was ist denn da los gibt es gibt es ab level 700 oder ab level 650 keine pfeil mehr oder was leck mich hart ja so fuck you das zu dem thema ups hätten schon wieder vergessen äh was haben wir hier naja so also sieben zu knacken wird also auch wieder eine schwere kunst so wie viel haben wir jetzt schon zwölf na siehst du schon braucht man nämlich jetzt schon mehr als ähm ja noch also mitestens 15.000 bis zur nächsten das wird gleich aber echt immer fetter ist halt wie eine fetterwirtschaft hier so wir haben ein paar glitz bekommen währenddessen das sind wir einfach mal alle sonst sind zu viele da sitzen wir ewig hier sind auch immer noch alle ich könnte natürlich auch einfach mal frei schnauze ähm den hier ein bisschen hoch gilden das problem ist wenn ich das hier rauf drücke mit der q-taste gedrückt dann weiß ich ganz genau dass mich das ding ärgert ich weiß dass ich das halber save your internet yes so weil von meiner version bin ich wieder verwöhnt und ich weiß genau dass das hier nicht so ist wenn ich nämlich jetzt hier die q-taste drücke jetzt hier rauf klicke fragt er mich bestimmt vorher nicht ab ob das wirklich möchte ne macht er natürlich nicht danke dafür so viel haben wir jetzt ausgegeben wie vielleicht sich davor mindestens 250.000 heißt also wir haben gut 6000 ausgegeben bei der mobilen version fragt er mich nämlich immer ab ob ich wirklich möchte und bei der abfrage stellt er nämlich auch den preis wie viel das denn kosten würde das ist ganz geil da weiß man woran man ist hier denkt er sich aber jünger weißt du wirklich gerne nach hause und schlafe ich aus das kann ich bitte noch machen ich lass es erstmal offen wenn man den video für das level 7000 rumhängt können wir es ja mal in der wegung ziehen jetzt erstmal würde ich gerne hier tatsächlich ein bisschen weitermachen 100 level dazu machen wäre ganz schön leichtsinnig ich bleib mal bei 100 level 10 level die frage ist ja komm jetzt hier war so das war dumm fragezeichen damit ihr während des tue weiter machen kann danke so kann ich mal weiter machen wir hier überlegen wir haben ich bin mittlerweile echt am überlegen ob wir den jedoch ein bisschen hochleveln damit wir eben bei den letzten levels dann nochmal nachdrücken können ich weiß nicht irgendwie irgendwie bin ich mit dem ganzen nicht so zufrieden das problem ist damit wir hier mindestens auf ein prozent kommen müssten wir dem fast 100 level gehen und das würde mindestens 40.000 kosten also weit mehr als wir haben und als wir ausgehen möchten also gottverdammte kacke so was ich auf jeden fall mal mache ist dem hier noch ein bisschen was geben so ich hoffe das war kein fehler aber wir haben jetzt schon wieder fast alles an die buzzwords ausgegeben naja fast alles ist natürlich völlig übertrieben aber ihr wisst schon was ich meine so kann ich jetzt hier alle noch mal 50 level geben ja doch das geht gut oder auch nicht das habe ich ja gar nicht wo es heute mir übrig scheiße ähm ja gut also war vielleicht nicht so eine gute idee ich hätte doch erst mal nur 30 oder 20 oder so machen sollen ich habe jetzt vergessen dass wir dann am ende noch mal hier unseren letzten da alle sowas gehen können das haben wir mich hiermit auf jeden fall nicht ist das bullshitisiert und ich weiß jetzt schon das ganze nichts gebracht hat man alter ernsthaft jetzt war das gerade eine dumme sache also das hier war gut das war richtig aber bei den anderen sachen hier weil ich mich gerade nicht sicher ob das wirklich so gut war ja er hat solange wirtschaft wird sich für kurses hässchen ja von ringen die traufe kati essentiel war relativ gut wir haben weit mehr als 10.000 euro sol gemacht also definitiv rekorde gebrochen haben aber jetzt tatsächlich wieder fast also ja mehr als 20.000 ausgegeben ich hoffe dass das so gut war dass das keine finanzierung war beziehungsweise wie gesagt an einer andererseits falls doch machen wir halt eine kleine es händchen jetzt damit wir hier wieder ein bisschen unsere heroes holz aufstocken können damit in der nächsten es händchen dann wieder auch durch starten können so was haben wir hier also ja dann war einmal 5 können wir uns dann wieder aufheben für wenn es wieder anfängt zu straukeln das ist jetzt eine stunde fertig die anderen sachen sind alle erst später fertig ja es ist mittlerweile schon 22 uhr auf dem ist ein bisschen spät geworden aber wir hatten besuchen und daher das passiert halt die real life sacks kann man nicht verändern so ja warum muss ich auch mal gucken wie ich jetzt morgen mache wollen und früh kommt um viel lieferung da weiß ich nicht das hat genau die zeit wo ich normalerweise die aufnahme mache das problem ist wenn die lieferung gnädig ist dann kommt sie vor 8 uhr wenn sie aber gar nicht knädig ist da kommt sie erst 10 uhr das heißt also ich muss wirklich bis hin bis zur lieferung und warten mit der aufnahme weil es blöde die aufnahme starte und genau dann natürlich die lieferung kommt von daher warte ich mit mit der aufnahme auf jeden fall bis nach der lieferung und ja hoffe dass die lieferung möglichst früh kommt sonst werden die abstände wieder sehr kurz und übermorgen nehmen ist doch morgens mittwoch das heißt übermorgen Ist denn ja morgens mittwoch genau übermorgen Ist ja dann auch wieder Weil übermorgen ist der termin die ich eigentlich heute machen wollte Der sich aber verschoben hat Bisschen kuddel muddel na gut werden wir schon überleben Ich habe die es jetzt gerade die letzten zwei stunden war echt ein ganz schön rein weil hätte ich schon längst noch mal eine neue es machen können Na gut wie das jetzt haben wir dafür jetzt in der ascension Bevor es ich die letzten zwei stunden gerade gesagt habe immerhin 11.000 also mehr als 11.000 verdient was schon echt geil ist das ist schon Das heißt ich werde die ganzen nächsten folgen zwischen den aufnahmen schönen ascension farmen Damit wir möglichst schnell möglichst hochkommen damit wir möglichst schnell die nächste Transension in angriff nehmen können Weil es ist schon fast alles bereit dafür wir haben schon mittlerweile wieder 27 euro souls Nicht diamanten kubine von daher ist es ja haben wir auch wieder damit unsere 50 zusammen damit wir dann auch das machen können quick ascension machen können quick ascension nach der transition von daher ist dafür tatsächlich in der hinsicht alles bereits auf einem guten wege dahin alles was wir noch brauchen sind acht ähm Ascension dinger da äh hero souls Ne transsension souls Ascension souls goddammit Ähm Ja und da ist halt die frage wie viel wir bis dahin warten müssen Weil eben alleine jetzt schon die nächste braucht schon 15.000 also mehr als eine ascension Und die nächsten werden bloß teurer Also kann es durchaus sein dass ich bis dahin bis zur transsension tatsächlich auch noch mal 30 40 50 ascension machen muss jeweils natürlich angesetzt mit 10.000 wenn wir natürlich uns währenddessen noch drastisch steigern sollten und irgendwann mal pro extension dann 30.000 euro soll verdienen dann wäre es natürlich weniger ascension ist klar aber wie gesagt ist natürlich alles noch offen ähm 1100 erreicht Aber eben Was wollte ich sagen Genau Die nächste transsension rückt also immer mehr in greifbare nähe Ähm Warum wirst du so langsam? Ich komme mal hier upgrade Hier ist immer so ein sprung drin zwischen denen Ach Äh Ich habe einen überscrollt Ich voll depp Ich habe Ich war so hier Und dabei war aber die dame hier noch gar nicht ausgelevelt Das war ja auf mich wieder nett Danke dafür Achja So Und das schön ist nämlich ab der nächsten Transsension Wobei die nächste Transsension ja wahrscheinlich erstmal die letzte wird Ähm In der nächsten Transsension Haben wir denn ja gleich von Anfang an zwei Autoklicker Das ist eigentlich ganz cool Die erste Transsension haben wir komplett ohne Autoklicker gemacht Die zweite Transsension haben wir mit einem Autoklicker gemacht Und die dritte Transsension haben wir mit zwei Autoklicker gemacht Also pro Transsension quasi ein Autoklicker dazu Easy No problemo Bin ich ja mal gespannt auf die nächste Transsension wenn sie wieder von vorne losgeht Wir fangen dann wieder bei null an quasi Also mit Bonus natürlich ganz klar Aber trotzdem ist die erste Sension erstmal wieder relativ langsam Freue ich mich schon noch viel wieder drauf So Ich weiß nicht Ich mag es so immer immer mal komplett von null an zu fangen Ist immer so ein bisschen reizvoll Ja Sich wirklich from the scratch hoch zu krakeln Ich habe auch mittlerweile von einem ganzen Laptops hier rumliegen bei mir Ähm Ein Laptop mal rausgekramt ähm Bei dem eine frische Knoppix in das Installation raufgeklatscht Ähm Vorher noch das was ein älterer Hier so ein ähm Bitte nicht aufgehen Haltes Kabel Oder das Kartoff aktiv Sieht man es? Ich habe keine Ahnung Wirst du mal sehen Hier so ein Laptop Und ähm Ja das FreeDOS Nicht wundern Und den habe ich gerade fertig gemacht mit Knoppix ähm Schön SSD nochmal reingeknallt Knoppix drauf Und Was wollte ich gerade sagen Genau Und habe das quasi nur gemacht um Darauf denn nochmal äh Chrome zu haben Mit einer eigenen Session Und damit einer eigenen Instanz für Klickaigos Yay Äh Äh Ähm Ja So findest du den Thema Ich frage den Laptop eingerichtet nur um Klickergebers drauf zu spielen Das ist Quatsch natürlich nicht Äh Der Laptop soll natürlich auch noch andere Aufgaben haben Aber in dem Zusammenhang habe ich mich dann gleich dafür entschieden Doch mal eine komplett neue äh Äh Ja Quasi Knoppix komplett platz zu machen Weil der Laptop hatte vorher auch schon Knoppix drauf Das war allerdings noch Version 6.44 Also eine sehr sehr alte Knoppix Version Und jetzt hat die top aktuelle Version 8.5 drauf Ähm Ja Und wie gesagt das ganze jetzt als SSD Was natürlich für Laptops immer ganz schön ist Erstens war die originale Festplatte die da drin ist schon sehr alt Weil das war immer noch die originale Festplatte die da drin war Und der Laptop ist mittlerweile sehr alt Und das war so unser Familien Laptop Also ne Ihr wisst Wenn eine Schwester ein Laptop in der Hand hatte Dann ist die Festplatte danach klinisch tot Und da ich der Festplatte nicht mehr allzu viel ähm Lebenszeit anvertraue quasi ähm Habe ich die Festplatte ausgebaut Nutze die jetzt so für Spielereien halt Wenn ich irgendwo mal ein Testsystem aufsetze oder sowas Dann macht sich sowas immer ganz cool Da eine Platte für zu haben Ähm und habe jetzt in den Laptop wie gesagt eine SSD eingebaut Vorteil ist halt SSDs sind halt erschütterungsfest Was natürlich gerade für Laptops ultra geil ist Ähm Natürlich das jetzt auch so als Bastel- und Testsystem Ähm Weil Ich wiederum bin einer Der In Produktivsystemen Ungerne SSDs einsetzt Ich habe da irgendwie noch so eine Kindheitskrankheit Sag ich jetzt mal Ähm Weil das Problem ist halt SSDs bei denen halt auch Flash speichern Ne Und Ja Die Hersteller geloben Dass die Extrem ausfallsicher sind Und das sind es ja im Prinzip mittlerweile auch Weil ähm Du hast halt auf einer SSDs extrem viele Reserve Sektoren Also wenn Sektoren Also Hintergrundinformationen Bei einer normalen Festplatte ist es so Du hast eine Scheibe Da sind Ja Magnetisierbare Elemente drauf Also Magnetstoff Und der wird magnetisiert Bei jedem Schreibvorgang Das kannst du beliebig oft machen Das heißt Eine Festplatte fällt Fällt in dem Sinne nie aus Bestes Beispiel Ich habe ja noch eine IBM Festplatte rumliegen Mit zwei Gigabyte Die ist von vor 1990 Oder so Naja Ne 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 So um 1990 rum gebaut worden Und die läuft bis heute noch perfekt Ähm Bei Flash speichern Ist aber das Problem Bei jedem Schreibvorgang Altert Dieser Sektor Und vor einigen Jahren War noch so die ungefähre Lebensdauer Für ein Flash Speicherzelle Zehn oder hunderttausend Schreibzyklen Je nach Bautechnik Es gab es dann auch später Techniken Damit konnten pro Speicherzelle Eine Million Schreibzyklen Praktisch Ermöglicht werden Ähm Und da Um denen entgegenzuwirken Haben SSDs halt extrem Viele Reserve Sektoren Und auch interne äh Intern ein Mapping System Heißt also wenn du immer wieder Ein Sektor beschreibst Wird physisch nicht immer wieder Eine Speicherzelle benutzt Für diesen Sektor Sondern es wird immer Ein anderer Speicher Sektor Also ein anderer Baustein Oder Teil des Bausteins genutzt Um diesen Sektor abzubilden Und damit wird praktisch Die Lebensdauer halt Verlängert Indem die Schreibzyklen Auf alle Speicherblöcke Verteilt werden Äh Das funktioniert ganz gut Ja Aber dennoch Ist es halt ein Bauelement Was sehr schnell äh Altert Und von daher Habe ich halt So ein bisschen immer die Ah Ich traue dem halt Keine wichtigen Daten zu Sag ich jetzt mal so Weil Die Sache ist ganz einfach die Wenn eine Festplatte stirbt Dann ist die Wahrscheinlichkeit Sehr hoch Dass es irgendeinen Spezialisten gibt Der die Daten retten kann Weil die Magnetscheibe Ist relativ Ja Wenn da nicht Gerade physische Schellen auftreten Zum Beispiel durch durch Kopfschaden Oder weil die Festplatte mal ein bisschen Beschüttet wird In Betrieb oder sowas Kennt man ja Bestes Beispiel bei Laptops Laptop fällt runter In Betrieb Oder auch ohne Betrieb Dann ist er am Arsch Nee aber Festplatten sind In dem Sinne relativ sicher Dass wenn sie ausfällt Man die Daten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder herstellen kann Bei SSDs ist das aber immer noch so eine Sache Da gibt es immer noch kaum Führungen Die das zuverlässig können Weil einfach die Technologie dahinter Das kaum zulässt Weil du hast halt keine magnetische Scheibe Die du einfach mal magnettechnisch auslesen kannst Sondern du hast halt ein IC Und wenn dort der Controller im IC abraucht Dann hast du eine DAI Also eine so kleine Siliziumplatte Wo du praktisch in die Siliziumplatte eingreifen musst Und das ist quasi nicht möglich Ohne weiteres Und dementsprechend ist das halt wesentlich riskanter Und ja Von daher Wenn es bei einer SSD kracht Dann sind die Daten darauf meistens komplett verloren Gerade weil die SSDs ja Mapping benutzt Sprich also Die Mapping Tabelle Wo welcher Sektor abgebildet ist Ist irgendwo in einer Schattenkopie Und das alles zu rekonstruieren Ist zwar möglich Aber extrem aufwändig Und deswegen Wegen all diesen ganzen Sachen Bin ich halt so einer SSDs nutzen für Systeme Ja Aber nicht um da Sachen drauf zu speichern Die ich halt wirklich wichtig Brauche Die für mich halt Notfällig sind Deswegen habe ich auch Bei meinem Server ist das so Da habe ich auch eine SSD drin Aber nur für quasi das Grundsystem Knoppix ist ja Linux Und bei Linux kannst du ja praktisch Nicht so wie bei Windows Bei Windows hast du einmal Laufwerk C Und das war's Und wenn Laufwerk C auf einer SSD ist Ist es auf einer SSD Das war's Sondern bei Linux kannst du praktisch Ähm Jeden Orden nach quasi separat In eine eigene Partition packen Das heißt also Ähm Ja das gesamte Grundsystem Ist halt auf der SSD Aber das Home Verzeichnis Also Slash Home Slash User Und Slash Opt Und über andere Verzeichnisse Innerhalb der anderen Verzeichnisse Die sind halt ausgelagert Auf einer richtigen Klassischen HDD Ist praktisch ein Hybrid System Da das Grundsystem Startet halt so immer relativ schnell Aber meine Daten Die sind dann halt auf einer Festplatte Mit dem Vorteil Dass wenn's kracht Ähm Nur halt das Grundsystem weg ist Was ich einfach wieder kopieren kann Dann ist es wieder da Habe ich auch schon mal ähm Probiert Also halt Ich teste solche Sachen immer Indem ich praktisch einfach Denn die SSD Einmal Plattformatiert habe Und dann praktisch neu installiert habe Und das System war danach Genauso wie ich es verlassen habe Aber eben Das ist halt Solche Workarounds Mach ich halt gerne Wenn ich mit SSDs arbeite Weil ich einer SSD Im Alleinbetrieb Nicht wirklich gerne Sachen zutraue So Warum geht's hier grad nicht weiter Achso Weil wir grad schon mal Bei Frost Aufgeliebste Na komm ich schicke ich dir mal hier noch Ein paar hundert Level Dann haben wir wieder Eigentlich können wir gleich hier die Hand drauf packen So Ja 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 Oh Ja Und dementsprechend ich kann schon wieder von 10 von 100 1000 alles was ich eigentlich sagen wollte ist dass ich da system drauf habe wo ich kriege ich muss drauf habe das ist so beknackt okay ich rede halt gerne so wieder so ein ding was haben wir hier chance auf double ja muss ja schon mal und oder war es einer von denen die wir verjordert haben die haben wir noch nicht was haben wir sonst so chance auf ja genau die andere band aber dumm sag ich jetzt mal ich bin gerade echt am überlegen ob ich das ding einfach wegwerfen 2,3 prozent mehr prozent mehr prozent mehr chance auf primal bosse heißt also statt 25 prozent werden sie 27 prozent bringt eigentlich nicht so viel kommt weg damit hoffentlich schweiß ob schwarz oder weiß so ok mittlerweile sind wir wieder auf weg der steigerung quasi ja mal gucken lange die steigerung anhält ach ja jetzt wissen wir vielleicht ein letzter flamme also in der bevor ich hier auf das hälfte geklickt habe gesehen hat ich habe zu testen oder schwarz haben einfach mal hier alle unsere typen auf level 1000 hochgelevelt um zu gucken ob das geht hat gut funktioniert das problem ist halt ich muss halt immer um auf level 1000 zu klicken oder zu level muss ich jetzt hier mal klicken weil die gibt es halt keine tausender stufe und daher lasse ich das lieber mal so mit 100 level rechter rechter komplett aus weiter auch level muss ich ja wie gesagt immer erst auf frost lief weil hier brauche ich halt für größere sprünge da reichen 100 level nicht aus so haben wir schon wieder gleich level 375 was verbrauchen um auf den nächsten zu gehen auf dark night dread night bis überhaupt zu retten ausgesprochen es klingt oder es sieht aus dread night kann aber sein dass ich das komplett falsch ausspreche ich weiß nicht mal was das bedeutet dread night klingt wie so ein klingt wie so ein schlechter blockbuster oder wie ein schauspieler aus einem schlechten blockbuster draco malfall draco malfall klingt wahrscheinlich nicht ohne grund ähnlich so da kommen noch ein paar level da haben wir es noch hier easy geschafft was geht hier ab ähm genau hier haben wir das ding noch mal das lohnt sich hier jetzt noch mit dem ding warte ich mal lieber bis wir den nächsten haben also hier unseren gut geschätzten ähm dread night damit er gleich mal schon booster bekommt beziehungsweise ich könnte auch noch weiter aufgeben dass wenn ich wieder nachher bei level 600 irgendwo so stecken bleibe ich denn das ding einsetzen kann wer eine idee doch jetzt mach ich das dann setzen wir das jetzt erstmal gar nicht ein sondern ich hätte dann ist jetzt sondern ich setze das dann irgendwann nachher ein um noch mal ein bisschen zu pushen damit die aus dem pushen kommt so das heißt alles was wir jetzt machen können ist noch 25 25 level zu warten ab level 50 also 350 geht es ja wieder weiter ein bisschen schneller hoffentlich haben wir das gleich jawohl so jetzt geht es wieder ratzifatzi da steht der level 375 schon quasi vor der haustür wow 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 okay wir brauchen so 2 level oh mal wieder hier ein boss live nicey dicey oh, ein fisch so ein level kommt gleich noch ein level dann haben wir ihn soweit auf das maximum Ok, ok, dann steht der Dreadknight auf dem Plan. Wir wollen aber bloß mal warten, bis eine Schatzkiste kommt. Und sobald eine Schatzkiste da ist, irgendwie garantiert auch sofort ein Level von Dreadknight. Wie sind die Schatzkisten? Echt noch so selten. Aha, und schon am Level. Ja, und man hat wieder gesehen, wenn man hier die Hand drauf hat, dann passiert sehr schnell, dass die Hand quasi klickt, bevor das User Interface registriert hat, dass ihr hier noch ein Ding hinzufügen muss. Ist halt typisch Flash Game. Aber sobald wir hier runter gehen und dann hier wieder rauf gehen, müsste das glaube ich... Ne, immer noch. Wir wollen. Ja, Flash Games. Noobs. Ich bin sowieso gespannt. Clicker Heroes ist ja ein Flash Game und das gesamte Konstrukt Flash läuft ja aus bis... Oh Gott. 2020 oder 2025, bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist Flash halt eine sterbende Spezies, was natürlich ganz geil ist. Also ne, ich war schon immer ein Todfeind von Flash. Also andersrum gesagt, Flash war für mich ein Todfeind. Ähm... Weil Flash ist halt absolut ineffizient und absolut kacke und absolut... Wer hat so ne Scheiß erfunden? Ähm... Ja, genau so ein Dreck wie Java. Sorry, aber... Java und Flash sind für mich so der Inbegriff der absoluten Oberflächlichkeit. Ähm... Von daher bin ich ganz froh damit, dass Flash endlich mal den Löffel abgibt und... Äh... Die Bühne HTML5 überlässt. Weil HTML5 wird halt wirklich dann im Browser verarbeitet. Direkt. Das heißt, du brauchst gar nicht uns mehr. Der Browser kann das direkt rendernderweise darstellen. Äh... Dann wird das halt mittels des Browsers gepflegt. Das heißt also... So wie Flash, wo du auf ein Update warten musst, ist der nicht. Sondern... Der HTML5-Renderer ist immer genauso aktuell wie der Browser selber. Sprich also, der studiert zum Beispiel Multithreading. Ne, aber wie gesagt, so Adobe und Java... Das war halt... Ich schätze mal, das war halt damals halt einfach so eine einfache Lösung. Weil man hat halt damals... Oder... Sucht halt immer noch wahrscheinlich... Nach Sachen, die halt möglichst plattformübergreifend sind, ne. Bestes Beispiel ist halt Java. Äh... Du hast halt praktisch einen Bytecode... Der halt zur Laufzeit immer interpretiert wird. Durch einen Interpreter, der dann auf der entsprechenden Hardware läuft. Äh... Auf der entsprechenden Architektur läuft. Vorteil... Deine Programme laufen auf jeder Architektur. Nachteil... Sie ist ultra ineffizient. Weil sie halt... Jeder einzelne Befehl... Ist halt nur wieder ein Befehl... Der von einem Programm... In viele Befehle übersetzt wird. Und dann mittels viele Befehle abgearbeitet wird. Sprich also, wenn ein normales Programm sagt... Addiere A plus B... Und schiebe das in C... Dann schafft das der Prozessor... Je nach Implementierung... In ein paar Befehlen. Im besten Fall in einem Befehl. Wenn du das in Java machst... Dann hast du am Ende... Wenn du das Ganze mal aufrechnest... Für diese eine Operation... 50.000 Instructions, die auf dem Prozessor ausgeführt werden. Und das gleiche bei Flash. Weil Flash halt... Ja... Quasi genau das gleiche ist. Nur in Schwarz. Da wird halt auch alles zu Tode abstrahiert. Weil halt die Sachen... Ja... Letztendlich wie gesagt genau das gleiche wie Java. Du hast halt praktisch Befehle... Adobe ist ja... Es gibt ja nicht das eine Adobe... Sondern es gibt ja... Shockwave... Flash... Ähm... Das ist daher das, was hier genutzt wird. Diese SWF-Dateien. Und das sind im Prinzip auch Programme. Nur halt, dass du praktisch keine... Naja... Klassische Programmiersprache hast. Sondern du hast... Eher sowas wie eine Beschreibungssprache. Ist also... Da steht nicht... Mach jetzt das... Mach jetzt das... Mach jetzt das... Mach jetzt das... Sondern du hast eher so... Mache etwas, das es so aussieht. Ähm... Und das wie es dann gerendert wird. Damit es dann so aussieht. Das ist quasi dann dem entsprechenden... Interpreter überlassen. In dem Fall halt Adobe Flash. Oder... Die ganzen anderen... Tools, die es mittlerweile gibt. Da gibt es ja hoffenweise... Open Source Implementierungen. Ähm... Ja... Und eben... Genau diese Beschreibung... Ist halt auch im HTML möglich. Weil HTML ist ja auch eine Beschreibungssprache. Sprich also... Ein HTML Dokument ist ja kein Programm. Sondern im HTML hast du halt ein HTML Text Body. Und in dem steht drinnen, wie die Datei aussehen soll. Also nicht nur im HTML Body, sondern halt auch in der CSS Datei und ähnliches. Hast du halt wirklich Sachen, wie es am Ende aussehen soll. Und... Was das Programm macht, damit es so aussieht. Das ist dem Programm selbst überlassen. Und das ist halt der Unterschied zwischen einer Programmier- und einer Beschreibungssprache. Deswegen finde ich es auch immer wieder ganz witzig, wenn irgendwelche Leute sagen... Ja, wir lernen programmieren. Lass uns HTML programmieren. Wenn du HTML programmierst, dann erstellst du keine HTML-Seite. Sondern dann erstellst du eine HTML-Parser. Das ist was ganz anderes. Äh... Aber das wissen die wenigsten. Gut. Und in dem Moment bin ich, wie gesagt, ganz gespannt, was passiert, wenn dieser ganze Flash-Zug abgefahren ist. Wenn vielleicht irgendwann komplett eingestampft wird. Ob denn Clicker-Hemos stirbt. Oder ob die Entwickler sagen, okay, wir portieren Clicker-Hemos zu HTML5. Ich meine, gut, komplett ausstemmt wird Clicker-Hemos wahrscheinlich nicht. Weil es gibt ja auch die Programme in, zum Beispiel Steam. Die können dann einfach eine eingepflegte Adobe Flash-Version weiter nutzen oder sowas. Äh... Die dann in... Ja... Plus noch in Browsern laufen, die halt noch Adobe Flash haben. Und den neuen Browsern dann halt nicht mehr. Aber gut, ich meine, äh... Äh... Wenn's... Wenn's 2020 ist... Na? Sag mal dahingestellt. Äh... Aber wenn's 2025 erst ist, dann... Ist ja zum Glück noch weit hin. Andererseits haben wir halt schon 2019. Und das Jahr schon wieder halb rum. Das heißt also... Ich weiß gar nicht. Können wir mal ganz kurz gucken. Flash stirbt. So würde es Bild schreiben. Adobe gibt Beerdigungen für Flash bekannt. Ja, ist ja gut. Ach, 2020. Oh, also doch in einem Jahr. Ja, gut. Der rief natürlich, ähm... Dann ist er doch gar nicht mehr so weit hin. Aber hier steht nicht in welchem Monat. Ab Ende 2020. Okay. Also noch mehr als ein Jahr. Oder so ungefähr ein Jahr. Ja. Na, eben. Und das hier ist halt eins der größten... M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Die Frage ist halt, wie gesagt, halt als ganz große Alternative stehen halt, ähm, eigentlich kaum welche im Rennen. Der eigentliche Ablöser ist halt halt... Ist halt derzeit... Bäh... Ist halt derzeit HTML5. Ähm... Mano, hier. Und da bin ich mal gespannt, ähm, eben, wie das denn so ist mit den ganzen Browser-Games. Weil, es gibt mittlerweile viele Browser-Games, die nutzen HTML5 und WebGL. WebGL. WebGL ist sowieso das Beste. Hier, WebGL, ne? Kennt ihr? WebGL, habt ihr schon gesehen? WebGL. Kennt man mal WebGL. Room Headshot. Jetzt schützt der Browser abwenden. Ähm... Also, WebGL ist quasi einfach nur OpenGL im Browser. Sprich, also, es ist einfach nur, äh... Das praktisch der Browser selber eine Instanz von OpenGL-Befehlen an OpenGL weitergibt. Und damit praktisch OpenGL-Spiele im Browser dargestellt werden können. Und zwar komplett harter beschleunigt. Sprich, also, man hat im Browser die gleiche Performance oder... Naja, nicht die gleiche Performance, aber... Fast die gleiche Performance, wie wenn man das Spiel direkt auf dem Rechner so als eigentliches ständiges Spiel spielen würde. Was ganz geil ist. Und eben, das in Kombination mit HTML5 ist halt quasi... Der Neue... Äh... Das Neue... Eine Neue... Des Neuen. Also, quasi... Geneutes Neue. Ja. Genau das. Das Spiel ist ganz schön groß, kann das sein? Ja, und das ist, wie gesagt, die Alternative, die in den Startlöchern steht, die ja auch schon genutzt wird. Wie gesagt, es gibt ja schon hoffenweise Spiele, die HTML5 in Kombination mit WebGL nutzen. Oder nur HTML5. Weil wenn du so 2D-Spiele hast, also das hier zum Beispiel, kannst du halt komplett in HTML5 implementieren. Da brauchst du kein WebGL. Aber so klassische 3D-Spiele, die nutzen halt HTML5, meistens in Kombination mit WebGL. Aha, ich glaub das Spiel ist fertig. Und mein Rechner stoppt. Ich hab zu viele Sachen im Hintergrund offen. Das hier hab ich noch offen. Dann hab ich hier noch was anderes... Was nochmal das ist. Ich öffne das... Hä? Hä? Ich öffne das mal lieber nicht. Nicht, dass da jetzt grad ein Porno kommt. Ah, siehst du hier, das hier zum Beispiel. Das ist halt jetzt WebGL und ist halt ein 3D-Spiel, wie man ja sieht, ne? 3D-Szenario im Browser. Ähm, und wie man hier sieht, ist halt komplett alles, was man halt in der OpenGL Umgebung machen kann, kannst du jetzt halt auch im Browser machen. Oh, und das, wie gesagt, ist halt der neue, der neue Licht-Blick-Stern. Whatever. Ähm, okay, ist das ein Grafikfehler? Whatever. Oder das soll so sein. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist das quasi das, was vielleicht ablösen wird auf kurz oder lang. Aber, die Sache ist halt, die Entwickler müssen halt ihre Spiele erstmal portieren. Das passiert ja nicht von alleine. Und da ist halt die Frage, wie die Entwickler von Clicker Heroes das machen. Oder ob sie das überhaupt machen. Oder ob sie einfach sagen, ne, dann haben halt die Browser-Spieler leider Pech gehabt. Weil offiziell, ich weiß gar nicht, aber der Support für Clicker Heroes ist ja offiziell eingestellt. Da gibt zwar noch Bugfixes und sowas alles, aber so der große Support wurde ja zugunsten von Clicker Heroes 2 eingestellt. Soweit ich weiß. Kann natürlich sein, dass die Information bereits veraltet ist. Aber, ja, so ist das, was ich derzeit weiß. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass es in zwei Jahren kein Clicker Heroes mehr geben wird. Also zumindest für den Browser. Ich meine, für Tablet wird es immer Clicker Heroes geben, zumal ich mir die APK-Dateien runtergeladen habe. Heißt also, selbst wenn es Clicker Heroes im App Store nicht mehr geben sollte, habe ich immer noch die APK-Dateien. Ich kann mir also auf meine Android-Geräte immer noch Clicker Heroes die aktuelle Version, die ich jetzt gerade habe, raufziehen. Ja, da denke ich schon immer mit. Ähm, ja. Aber für den Browser ist es schlecht. So. So. So köszlich ist das machen wir jetzt. Äh, ich glaube, ähm... So. Boah. An der Stelle... Machen wir am besten erstmal Feierabend. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Die Aufnahme geht doch gerade schon wieder viel zu lang. Ich weiß gerade gar nicht, wie lang sie geht. Ähm... drei gigabyte ne das ist schon eine halbe stunde locker locker eine halbe stunde sowieso ich habe echt zu viele mit der kund offen alter schwelle rechner rödelt hier herum so ja dreiviertel stunde gut dann würde man sagen wir machen tatsächlich einfach mal feierabend ist in der hut wir sind ja so langsam gerade das ist jetzt hier los was ist hier echt so einen krassen unterschied dass wir noch 200 euro soll sagen das werde ich jetzt die wir schaffen gar nichts mehr okay wirst du was dann legt mich hart dann mache ich ja du na klar ausgericht ihn aber haben wir vergessen danke dafür so ich lebele dann mein bief weiter hoch und dann sehen wir mal morgen früh wie weit ich gekommen bin in dem sinne schau mit v